Gute Leute, willkommen zu einem neuen Video und ihr seht ja bereits eigentlich schon hier im Titel, um was es geht. Es geht heute darum, dass ARK Survival Evolve bei Epic für den PC gerade umsonst ist. Das ist jetzt aktuell in dem Zeitraum bis zum 29. September, also jetzt noch die 7 Tage. Aber ich möchte eine Sache darauf hinweisen und deswegen mache ich noch dieses Video. Weil ich relativ oft da Kommentare zu gelesen habe. Es gibt verschiedene PC-Varianten, so doof wie das klingt. Für die vielleicht nicht so PC-affinen, die jetzt sagen, sie zocken ARK eigentlich ganz auf eine Xbox oder auf eine Playstation und wollen auf dem PC mal reinschnuppern. Epic ARK ist nicht Steam ARK. Also wenn ihr, um es ganz kurz nur zu machen, wenn ihr ARK jetzt hier kostenlos auf dem PC bei Epic runterladet, könnt ihr keine Mods benutzen. Das ist das Prinzip wie, ich sag mal ganz doof, eine Konsolen-Variante nur in besserer Grafik. Ja, also ihr habt grafikmäßig, habt ihr das gleiche wie bei Steam, da ist kein Unterschied. Das Game ist auf dem PC, da komplett identisch. Ihr habt halt nur keine Möglichkeit, Mods zu benutzen. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Wenn ihr natürlich etwas sagen möchtet, ihr möchtet einfach nur mal ARK so auf dem PC spielen, ohne die Welt der Mods kennen zu lernen. Natürlich, klar, nutzt es, nehmt es mit. Alles was man sonst hat, sollte man theoretisch einpacken. Ja, so doof wie es vielleicht klingt. Zumindest in der Bibliothek haben ist besser als nicht in der Bibliothek haben. Und ihr könnt es einfach spielen. Es kommt hier einfach ein Update von Dings rein. Also, nehmt es einfach mit und probiert aus, ob euer PC es zum Beispiel kann, ob ihr es schafft, es zu spielen. Das ist auch immer oft schon eine Frage, weil ARK ist auf dem PC doch schon ein bisschen an... Also, ich sag mal, wenn ihr es richtig, richtig schön spielen wollt, weil wenn ihr von der Konsole auf den PC wollt und wollt, ist das dann flüssig und dann richtig geil. Weil, natürlich dann Leute, ladet euch runter, probiert es aus und wenn ihr dann die Welt der Mods kennenlernt, dann solltet ihr auf jeden Fall bei Steam das Ganze kaufen. Das ist nämlich hier. Da seht ihr zum Beispiel aktuell, das ist im Angebot für 5,54 Euro, das Grundspiel. Damit könnt ihr ja die ganzen Karten wie Dissenta, Ragnar, Crystal, Fjordur, alles was keine Story-Karten waren, könnt ihr mit der Grundversion spielen. Das ist bei Siebert Epic-Version auch so. Also, das ist auch hier Ragnar, Dissenta, Valguero, Crystal Lost, habe ich vergessen gehabt, genau. Und Fjordur, die sind ja auch alle da drin, ja. Plus die ganzen Mods, die ihr auch da benutzen könnt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, ich will immer mal Primal 4 zum Beispiel spielen, was ich aktuell auf Twitch relativ oft streame, wie zum Beispiel heute Abend oder übers Wochenende. Ja, natürlich, das könnt ihr nicht mit der Epic-Variante. Dafür müsst ihr komplett hier die Steam-Variante kaufen. Also, ganz wichtig, um es euch nur mal ganz verständlich zu machen, Epic ist die PC-Version ohne Mods, Steam die PC-Version mit Mods. Ganz, ganz wichtig. Nur, weil ich oft immer das hatte, dass Leute geschrieben haben, ich weiß nicht, ob irgendein Mod-Video war das, glaube ich, letztens. Ah, cool, dann kann ich es ja demnächst testen, weil ab dem 22.09. ist ja arg umkostlos bei Epic. Ja, da könnt ihr ja keine Mods testen. Also, ups, sorry, auf dich gehauen. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommt die Sache, wo viele sagen, aber guck mal, hier ist doch das Mod-Kit. Warum kann ich denn keine Mods spielen? Ja, Leute, das Mod-Kit ist noch was ganz anderes. Das Mod-Kit ist dafür da, wenn ihr selber Mods sein wollt, wie zum Beispiel Karten. Ich kenne mich nicht hundertprozentig aus, ob man damit alle Mods drin macht, aber das ist auf jeden Fall das Teil, mit dem ihr so gesehen arbeiten könnt. Ja, da muss man sagen, damit könnt ihr mal, ich glaube, wenn man hier mal drauf geht, kann man uns das mal ganz kurz anschauen. Ähm, das bekomme ich ja ganz kurz Nachrichten. So, hier haben wir, erstelle deine eigenen Mods für ARC Survival Evolved, um mit anderen Überlebenden zu teilen. Das Dev-Kit ist für ARC eine optimierte Version der Angel Engine 4 Editions und vereinfacht den Einstellungen und Freigartprozess für ARC Survival Evolved. Das heißt, mit diesem Ding könnt ihr einfach nur Mods selber machen. Klingt einfach, ist super kompliziert, Leute, also wer nicht da so richtig gut drin ist. Aber wie gesagt, ist auch gratis, natürlich. Aber das ist immer gratis. Ja, es klingt jetzt zwar doof, dass der Mod-Editor im Epic-Store ist, aber die Epic-Version von ARC keine Mods, ich weiß, das klingt super doof, Leute, aber ist einfach so. Ja, ich habe mich auch schon ein paar Mal gefragt, warum man das wirklich so macht. Es gibt aber keine logische Erklärung dafür. Also, es gibt bis zum 29.9 ARC kostenlos. Wer mal reinschauen will, guckt das Ganze, wie gesagt, an. Ich weiß noch nicht, warum Dissenta hier einzeln aufgelistet ist, weil eigentlich müsste in dieser Version alles andere mit drin sein, wie Ragnarok. Und der Rest, gucken wir nochmal gerade, das Mod-Kit, die Add-ons. Genau, hier haben wir zum Beispiel den Genesis-Pass, hier haben wir den normalen Season-Pass. Genau, hier hat man dann zum Beispiel Scotch-Earth, Operation Extinction dazu bekommen. Genau, hier seht ihr das Ferdur ist gratis, Los Island ist gratis, das Center ist gratis, Ragnarok ist gratis, Valgo Aero und auch Crystal. Der Vorteil für den PC, muss man sagen, Leute, ist auch dabei, das ist mein kleiner Bonuspunkt, ARC ist relativ groß und wenn ihr von vornherein sagt, hey, ich möchte aber keinen Crystal spielen, ladet Crystal einfach nicht runter. Ja, also ich habe bei mir auf meiner Version bei Steam auch nicht alle Maps runtergeladen. Ich glaube, ich habe das Center, habe ich glaube, letztens gelöscht nach dem Video. Einfach wegen Platz sparen, ja, weil man muss ja sagen, ARC ist nicht gerade klein und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute. Dass ihr jetzt auf jeden Fall euch da runterladen könnt. Ich kann auch nebenbei nochmal sagen, das habe ich vorhin gesehen, wenn ihr einen eigenen Server mieten wollt, bei Nitrado zum Beispiel, gibt es aktuell Rabatte, da könnt ihr auch einfach das Ganze ausnutzen. Wir können es mal ganz kurz hier angucken, nebenbei, wie gesagt, für die, die die Server mieten wollen, wie gesagt, es geht mir jetzt dabei nicht darum, dass ich, wenn ihr meinen Link dazu benutzt, dann, klar, bekomme ich ein klein bisschen was und ihr tut den Kanal unterstützen, aber auch wenn ihr meinen Link nicht nutzt, Leute, könnt ihr das Ganze hier einfach ausnutzen. Da gibt es ja auf jeden Fall auch gerade Sales, seht ihr hier, nutzt einfach den Code ARC EPIC und spart 20% auf neue PC-Server. Ich meine ganz ehrlich, wer auf dem PC-Server spielen, wer Leute 20% haben oder nicht haben, könnt es gerne mitnehmen. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne den Link in der Beschreibung nutzen, kostet euch nicht mehr, wenn ihr draufklickt, unterstützt den Kanal ein bisschen damit, würde mich freuen. Aber wie gesagt, nur mal für die nebenbei, die halt einfach einen eigenen Server machen wollen, die nicht im Lokalen oder so, oder mit Freunden spielen wollen, ja. Ich meine, auch eine Option, einfach mal ausprobieren, einen Server einen Monat mieten, mal reinschauen, ah, okay, gefällt mir nicht. Ja, also ich würde sagen, ich habe aus dem Video gefühlt leider Gottes doch mehr gemacht für der Länge, als ich eigentlich wollte, tut mir dementsprechend leid. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, ja, ich lese oft bei meinen Kommentaren, sorry, jetzt nochmal ganz kurz, wir sind hinten dran, oft mit, oh, mi, 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 warum erklärst du das so und das so, Leute. Das ist ja nicht böse gemeint, ich erkläre oft das einfach nur mal gern sehr, sehr simpel, weil es gibt Leute, die zocken zum allerersten Mal arg. Leute, die haben gar keine Ahnung, ja, und das ist ja auch nicht böse. Ich meine, nicht jeder muss Ahnung haben, ja. Es gibt Leute, die brauchen dafür etwas ein bisschen länger oder müssen es vielleicht zweimal erklärt bekommen, ist ja auch nicht schlimm, dafür bin ich ja auch da. Deswegen habe ich mir auch gedacht, hey, komm, du machst ein Video und klärst es einfach nochmal komplett auf, dass die Leute auf jeden Fall Bescheid wissen, um, ja, Bescheid zu wissen. Deswegen, Leute, nehmt mir das, wie gesagt, nicht böse, dass es einfach so aufgebaut ist, aber, ja, das Video ist ja für alle, von Anfänger bis zum Super-Mega-Pro, äh, daher, tut mir leid, Leute. So, ich würde sagen, jetzt haben wir, ja, mehr als genug Zeit, Leute, tut mir leid, und dann sage ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das Video vielleicht teilt, äh, auch vielleicht auf Social-Media-Kanälen wie Facebook, etc., falls ihr öfter liest, jetzt gerade wegen Arkt ist kostenlos, somit könnt ihr ein bisschen aufklären, ähm, oder wie gesagt, halt euch einfach Freunden teilt. Würde mich mega freuen, damit unterstützt ihr mich, genauso wie einfach einen Kommentar da lassen, Leute, es ist vollkommen egal, welches Kommentar. Ja, ihr könnt doch reinschreiben, hey, die nuscheln nicht so viel, es ist so, äh, 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 lese ich ganz oft sogar mittlerweile. Ich schnuschel halt, Leute, ich bin halt so. Ähm, schreibt es einfach in die Kommentare, auch das fördert den Algorithmus, ja, jedes Kommentar, gut oder schlecht, ist eine Förderung. Und wenn ihr eh da schon da seid, Leute, könnt ihr einfach vielleicht noch ein Abo und ein Like da lassen, würde mich mega freuen. Ist für euch einfach ein Klick und unterstützt damit wirklich mich extrem, um mehr Reichweite zu bekommen, mehr Leute auf das Video zu bekommen, wisst ihr, und das ist so ein Teufelskreis. Mehr Leute gucken, wir lassen ein Abo da, mehr Leute sehen und im Endeffekt, ähm, unterstützt ihr mich damit auf jeden Fall, ähm, dem Fall sogar kostenlos, dass, ja, ich das ja alles machen kann, ja, weil es ist ja seit letztem Monat auch mein Job, daher, vielen Dank, Leute. So, jetzt genug geschwafelt, euch noch ein schönes Wochenende wahrscheinlich, hoffentlich sieht man sich und wir freuen, ich freue mich, bis denne und ciao. Da hab ich bei dir in die Tasse reingegriffen, scheiße, tschö.